Wir haben Nikolai. Wir bringen ihn in ein Versteck nach Hamburg. Ankunft 0700. Ende. Was zum Teufel nochmal ist das? Raketebrandflug festhalten! Ist alles noch dran? Los, hoch! Los jetzt! Wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind! Gibt es Verluste? Paulson und beide Piloten sind tot, Sir! Scheiße! Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg! Hattet ihr aber meine Waffen gesehen? Sie sind auf einmal weg! Ich habe eine Waffe nirgendwo verloren. Keiner geht hier, bevor ich nicht meine Waffen gefunden habe. Ich brauche Waffen, Leute! Wir können nicht einfach gehen ohne dass ich eine Waffe habe. Das ist unfair! Wie soll ich töten? Wie soll ich jetzt töten? Da! Oh, Schweingart! Ich kann doch noch töten! Alles gut, Leute! Wir können gehen! Alles top! Bravo 6! Baseplate hier! AC-130 Luftunterstützung ist unterwegs! Es dauert aber eine Weile, bis Sie in Angriffsposition sind! Verstanden! Bravo 6! Ende! Meine AC-130, was? Ich habe lange nicht mehr damit gearbeitet! Oh, das ist die Mission! Oh, Shit! Na, die kenne ich auch noch! Wo man von oben gleich weiter schießen muss! Unter die Brücke da! Bewegung! Oh, umwisch! Kannst du bitte mit deinem Gemächt aus meiner Kamera gehen? So, okay. Alles klar! Gehen wir! Achtung! Wir haben Gesellschaft! Das ist mir auch schon aufgefallen. Was ist hier passiert? Was braucht ihr euch? Ich muss nicht schmerzen. Wir wissen, dass ihr sie irgendwo prächtet. Wer prächtet? Was sagst du? Das sind britannische Soldaten. Okay, erledigen wir diese Bastarde, bevor sie den alten Mann töten. Lass mich raus hier! Okay, ich geh runter hier. Angriff. Wer stehst du noch, hä? Das war er. Ähm... Alles klar! Weiter jetzt! Wie hat sich gedacht, ich kann noch mit dem quatschen oder so? Oh, Mann, ey! Leute, wir haben gerade eine Neemission abgeschlossen. Wir müssen noch unsere Belohnung holen. Leute! Das ist euer erstes MMO! Wir spielen doch hier gerade Destiny, oder nicht? Meine Güte! Oh! Ich wollte mir eine Belohnung holen. Ich wollte mir gerade eine epische Waffe holen. Irgendeine mit goldenen Skin oder so. Ich bin nur eine Leiche. Nur eine Leiche. Nur eine Leiche. Der Alien fährt sich. Los jetzt! Kleiner ganz, vergib mir! Kontakt auf 6 Uhr! Feuer erwidern! Hab ich jetzt ein bisschen fehlgestanden, weil ich geschossen hab? Oder ist alles gut? Mich mal interessieren. Ich kann mich nicht noch nennen. Kommen Sie auf! Mach sofort diese Kellertür auf! Bin dabei! Hab ich jetzt ein bisschen verkackt? Komm mir ein bisschen zuvor, wenn ich auf die Gartenzwecke geschossen habe. Und halt einfach mal gucken, wie ich die kaputt machen kann, okay? Los! 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 Das hat sich halt einfach so angeboten. Ach, sie ist auf, okay. Lass mich rein hier! Ich bin der Erste! Ich will als Erste... Oh, Mann, ich wollte der Erste sein, der hier drin ist. Was soll die verdammte Warterei? Los, die Treppe runter! Ich bin schon längst drin. Ich bin schon längst wieder oben im Haus. Schaub! Vorgehen und nach einem Ausgang suchen! Alter, hört auf mich zu Bodyblocken, ihr Pisser! Alter! Ich komm hier nicht durch! Blankgranate! I can't see shit! Okay. Hm, hm, hm. Aber ich hab ganz kurz gesehen, wenn der Blankgranate die Waffe gewechselt. Weil die so nahe kommt, denke ich mal, definitiv effektiver. Okay. Es ist zu ruhig. Wo zum Teufel sind die hin? Sie formieren sich vielleicht neu. Versuchen uns weiter vorne den Weg abzuschneiden. Hm, 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 hm. Wachsam bleiben! Ich glaube, wenn ich noch zwei finde, bekomme ich einen Erfolg. Oh, scheiße. Geht weg! Armhunde! Ich hoffe, mein Video wird nicht von der PETA gestreikt. Sorry! Gehört zum Mission! Das war fast knapp. Hab ich grad gar keinen getötet oder sieht das nur so aus? Okay, ich hab doch jemanden getötet. Alles cool, alles cool. Oh mein Gott! Ja, immer schön... Ich seh zwar kaum was, aber ich schieß einfach nur. Oh Nicolai, sorry! Freddy die. Schießt sie? Freddy die. Ahahahahahahahahahah Bestse Auswegtechnik. Ahah, fuhh, 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 fuhh! Mach dran. Oh shit das Auto... Scheiße, aber ich wusste das Ding explodiert. Hä, war das die Dings nur mit dem A2-130 oder war die Mordowarfer 2? Fass mal, ich glaube, die waren mit Mordowarfer 2, ne, Alter. Ich wegs die ganze Zeit die Mission. Das sollte so bleiben. Alles klar, weiter vorwärts. Bewegung. Ich bin direkt hinter euch. Sind die blind? Kann man die Mission eigentlich auch Stealth beenden? Die würde ich gerne mal machen. Alter, er hört mich wegzuschubsen. Anscheinend nicht, okay. Anscheinend nicht. Weil der Pisser mich weggeschubst hat, hat der Gegner mich gesehen. Der hat, mein Teammate, hat mir seinen Dick in die Kamera gesteckt. Ich will jetzt nicht Gesicht sagen, weil das würde mega komisch rüberkommen. Deswegen habe ich jetzt Kamera gesagt, okay? Da ist er, warum soll ich auch schon halten? Da ist er doch. Ferreke. Ist voll alle ausgeschaltet, jo. Gehe ich, renne ich gerade vor? Bin ich schon zu weit? Ich weiß es nicht. Bin auf jeden Fall irgendwo vor meinen Teammates. Oh, eine gute Zunge geht auch dazu, zu Neige, weil ich rumstehe wie so ein bescheuerte Affe. Zuck. Griff. Das ist er tot. Ich will mich die AK mitnehmen. Frack out. Shit, boys. Alle tot. Alle tot. Warum haben die eine G36? Das ist eine Metair-Waffe. Ich dachte, die haben immer so eine AK-Sachen oder so. Oh mein Gott. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch den Kopf. Hab ich gemocht. Alles cool. Ich hab das Gefühl, dass man die Mission nicht unbedingt so spielen sollte. Weil ich fliegt mir einfach nur noch alles um die Ohren. Was ist das denn hier für ein dämlich gebauter Kamin? Geht mir Deku mit euren Körpern. Aua. Aua. Ich hab ja grad übelst die Brenner bekommen. Hab ich wieder Munition für meine Waffen? Ja, ich hab wieder Munition. Woher auch immer ich die habe. Nice. Das kann wie meine Lieblingswaffe wieder Leute töten. Yes. Feels amazing, man. Rein hier. Holy shit, alter. Da waren so viele drin. Solange es Menschen gibt, wird es Krieger geben. Albert Einstein. Also da finde ich allen einen Spruch besser von ihm. Es ging nämlich ungefähr so. Es gibt zwei Sachen, die unendlich sind. Das Universum, die Dummheit der Menschen. War das nicht so? Weil daher den Spruch von ihm finde ich, finde ich, finde ich besser. Das ist mein persönlicher Liebling. Da kann ich natürlich noch ein bisschen erweitern, indem man sagt, es gibt drei Dinge, die unendlich sind. Das Universum, Dummheit der Menschen und die Windrad-Test-Version, aber... Hm, naja. Wir bleiben doch lieber beim Original, ne? Du schießt auf unsere Mände, du Idiot. Ich will da zwar rein, aber auch irgendwie nicht. Weil letztes Mal war ich ziemlich überran. Ich werde mal eine Sekunde. Ich werde mal eine Sekunde. Nyaaah. Nyaaah. Käpt'n Price, da sind Stinger-Raketen im Schuppen. So, eine Stinger schnappen und den Hubschrauber abschießen. Lass! Scheiße, sie setzen Täuschkörper ein. Das wird schwer. So, noch eine Stinger und erneut feuern. Stellen wir ihn auf die Probe. Nyaaah. Okay. Verdammt gut geschossen, Soap. Danke. Beim ersten Versuch direkt getroffen. Ich habe eine andere Schraube. Okay, die klingt nicht so geil, aber die ist eine schnellere Feuerrate. Ich weiß auch nicht, ich mag die andere Schraube viel lieber den richtig geilen Sound. Und damit jemand ins Gesicht schießen. Achtung, Bravo 6. Diese AC-130 dringt gerade in eurem Luftraum ein. Ende. Bravo 6, Warhammer in Bereitschaft. Ich habe gehört, ihr könntet ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gebt mir ein Ziel. Warhammer, Feuermission, Gefahr. Feindliche Panzer und Infanterie, 100 Meter südwestlich unserer Position. Over. Verstanden, wir kommen. Damn. Wow, das ist verdammt geil, Kumpel. Oh Mann, den kann man gar nicht sehen. Ich will jetzt gerne, dass ich das Ding sehe, was oben rumfliegt. Oh, oder Baller. Oh, der steht da und chillt sein Live, Junge. Er schillt sein Leben. Teamkollegen, alle tot und er. Jawohl. 으로 fragan. Ha ha ha. b